Musik Hast du irgendeine besondere Vorliebe über das Frühstück? Guten Tag, Grüß dich, ich komme an der Firma. Hallo, ich würde gerne eine Vorbestellung für morgen machen, wenn das möglich wäre. Ja, zum Abholen. Oh, ich strege dir gleich meine Tee raus, mit einem Schlauch, was sicher kommt nicht. Ja. Ja, dann hau dir das selbst auf den Schwanz. Salzbrezel mit Sputnikriss. Was ist denn hier los? Ja. Und zwar würde ich gerne vorbestellen 60 Brühwürstchen. Mit Käse. 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 Aber du machst 20. Bockwürstchen mit Käse. Ja, du machst 20 mit Käse, 20 ohne Käse und 20 mit Käse. Ja, genau. Käsewürstchen. 20 Bockwürstchen. 20 Bockwürstchen. Ich kriege hier gerade von der Seite nochmal neue Instruktionen. Im Augenblick. 20 mit Käse. 20 ohne Käse. Und 20 Rindswürstchen. Okay, dann habe ich... Nee, anders. 30 mit Käse, 15 Bockwürstchen ohne Käse und 15 Rindswürstchen. Okay, also, ich hab's jetzt nochmal. 30 Brühwürstchen mit Käse. Ja. 15 ohne. Und 15 Rindswürstchen. Super. SPS Motorsports, Guido Sikora, aber es kommt noch mehr, das ist nicht das einzige. Die List ist noch nicht wertig. Dann noch 60 grobe Bratwürstchen. Das ist ein Mistkrüppel. Das will ich noch. Ich hab' den gleich mal strieben. 20 feine Bratwürstchen. Wie viel 20 macht 10 Rindswürstchen und 10 normale? Können Sie jetzt mit 20 feinen Würstchen 10 Rinds machen und 10 normale? Was meinst du, was die nachher in den Zettel hat? Oh, alles Würstchen geschnitten, die haben es dreimal neu geschnitten. Ihr kriegt morgen nie im Leben die Würstchen bestätig. Und dann zum Schluss noch 60 mageren Steaks. Jetzt die Marinade. 10 davon mit Paprika. Bitte? Die haben Gyrus-Marinade, die ist gut. Ja, noch ein Kräuter, Knochen. Ja. Ja, 60 Stück. Wie ist denn Mager? Tipptopp. Was ist denn Sorte? Können Sie noch mal erklären, was das für eine Sorte ist? Ganz wichtig. Wo kommt das Schwein? Das ist egal. Das sind Schweine aus Freilufthaltung. Ganz wichtig. Ich bin kein D-E-Gespaar. Ah ja, super. Okay. Tipptopp. Gut. Dann müsste es das eigentlich gewesen sein. Was spricht der Schwein? Im Laufe des Vormittags. Eine genaue Uhrzeit kann ich mir nicht sagen. Ich denke ab 10 Uhr, ja. Vorher wird es nicht. Nee, auf keinen Fall vorher. Ja. Scheiße, ich weiß nicht. SPS Motorsport. Genau. SPS. Ja, ja, ja. Ich bin 80er. Die kennen Sie. Ja, wunderbar. Ja, natürlich. Das Klo muss man jetzt rein. Natürlich geht das. Ja, ich habe den Chef gerade neben mir sitzen. Der finde das sehr lustig. Okay. Ja. Okay. Top, top. 192 Bestellnummer. Okay. Tipptopp. Danke. Bis morgen. Danke. Ciao. Ja. Was ist das anstrengend? Ja. 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 Ja.